Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir nehmen euch jetzt mal mit auf die Fähre Meersburg rüber nach Konstanz. Ich habe jetzt mal kein Intro eingeblendet, um einfach mal die Fahrt hier mit euch gemeinsam auf die Fähre zu motorieren. Das heißt, wir fahren hier runter um die Kurve rum und da geht es dann gleich auf die Fähre drauf. Und dann werden wir mal über das Schwabenmeer schippern, hier um die Kurve. Dann sieht man hier unten schon die Anlegestation, wo ganz viele Reihen sind, wo man sich einreihen kann, wenn natürlich viel mehr Bewegung im Spiel ist in der Hauptsaison, ganz klar. Aber wir konnten gleich auf die Fähre drauf fahren und haben 16,50 Euro bezahlt und alles andere seht ihr jetzt. Was musst du denn bezahlen? Auf die Fähre. Ich frage mal eben, ob wir auf die Fähre bezahlen? Bezahlt man auf die Fähre? Ja. Hier denn? Wo will doch mich denn kommen? So, hier auf die Fähre. 16,70 Euro. Von Meersburg rüber. Nach Konstanz über den Bodensee. Jetzt kommt ja noch das. Ich meine Musik. 好... weiter! Ah ja. L�? mos Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hier an den Anlegestationen Konstanz angekommen, docken wir jetzt an, so dass wir von der Fähre runterfahren können und dann werden wir Konstanz besuchen. Ich bedanke mich für euer Einschalten. Ich hoffe auch, dieser Beitrag hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir verlassen jetzt die Fähre. Noch stockt es ein bisschen, aber das ist normal. Und dann geht es runter und wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, nochmal danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018